Ja, hallo zur Brisant. Wunderschönen guten Abend. Es ist schön, dass Sie da sind. Willkommen heute zu unserer Sendung. Ja, wir wissen natürlich, die Welt dreht sich weiter, aber mit einem Traumpaar weniger. Ja, und das ist natürlich Stoff für uns heute. Was steckt denn nun hinter der Trennung von Brad Pitt und Angelina Jolie? Wer lacht und wer weint jetzt? Da gibt's auch Scherben. Und lachende Dritte, über all das werden wir reden, später noch ganz ausführlich hier bei uns in der Sendung. Aber erst einmal schauen wir jetzt nach Berlin und wir kommen zu einer Geschichte, die sich immer mehr zu einem Krimi entwickelt. Was steckt hinter dem Tod des Piraten-Politikers Gerwald Klaus Brunner? Da kommen jetzt immer mehr Details zu diesem Fall ans Licht. Ja, Montag gab's große Aufregung, war auch ein Thema bei uns in der Sendung. Einige sprachen davon, Amok-Alarm an einem Gymnasium, das war in Sachsen-Anhalt. Ein psychisch kranker Mann bedrohte mit einem Messerschüler und Lehrer. Zum Glück, muss man sagen, ist das alles gut ausgegangen. Doch nun weiß man inzwischen mehr zu dem Täter und seinem Hintergrund. Und das hat einige Diskussionen ausgelöst über die Unterbringung von psychisch kranken Straftätern. Ja, dann geht's ab heute um die Frage, wie kam es vor zwei Jahren zu dem schweren Zugunglück in Mannheim. Damals gab es mehr als 30 Verletzte. Es hat Tage gedauert, bis die Züge wieder fuhren. Ein Gericht wird ab heute versuchen, diese Frage zu klären. Denn es gibt den Verdacht, der Lokführer habe damals falsch gehandelt und womöglich ein Haltesignal übersehen. Aber es gab damals schon auch andere Stimmen, die sagten, kurz vor dem Mannheimer Bahnhof, da ist so viel los, da kann man durchaus auch mal den Überblick verlieren. Ja, schauen wir noch auf eine spannende Wende in einem Fall, der schon Jahre zurückliegt. Wohlmöglich ist es der Polizei gelungen, einen Kriminalfall nach 29 Jahren jetzt doch noch aufzuklären. Es geht um den Mord an Heike Wunderlich. Das war ein Fall, der in der DDR hohe Wellen geschlagen hat damals. Die junge Frau war im April 87 getötet worden. Man fand damals ihr Moped und auch immer wieder Spuren und trotzdem nie einen Täter. Bis jetzt. So, und jetzt reden wir über das Paar, über das derzeit alle reden. Im Wachsfiguren-Kabinett von Madame Tussaud in London hat man schon reagiert und hat sie weit auseinandergestellt. Was folgt denn nun nach der Trennung von Angelina Jolie und Brad Pitt dazu jetzt mehr in brisant prominent? Ja, kaum ein Thema ist in den vergangenen 24 Stunden auch auf unserer Facebook-Seite so durch die Decke gegangen wie die Trennung von Brad Pitt und Angelina Jolie. Immer mit der Frage, warum denn nur? Ja, warum kann nicht ein Traumpaar mal halten, was es verspricht und einfach ein Traumpaar bleiben? Ja, was war denn nun das Problem? Warum hat es nicht funktioniert, was uns alle von außen ja begeistert hat. Da waren viele Kinder, ein schönes Paar, sozial engagiert. Aber vielleicht ist am Ende zu perfekt dann eben doch nicht ganz perfekt. Ja, unser Brennpunkt. Ausatmen und weitermachen. Ja, die Liebe geht und die Bärte tun es auch. David Beckham setzt wohl möglich gerade mal wieder einen neuen Trend. Nachdem es gerade bei der Männerwelt nur so sprießt im Gesicht, überall Vollbärte, wohin man nur schaut, ist bei ihm das Kraut plötzlich ab. Ja, und die ersten Stars, die folgen ihm schon. Jetzt heißt es wohl Goodbye Rotzbremse oder Goodbye Vollbart. Wie auch immer, ab jetzt könnte es morgens wieder länger dauern mit den Männern im Bad. Und die Fußballstars der Bayern, die ziehen mit. Genau, wir auch. Wir haben noch einen Barträger und der, bitte schön, bleibt achtlos. Der Trend ist einfach dabei. Klar, Jean Pütz, der ist heute 80 Jahre alt geworden und er gibt jetzt bei uns Tipps fürs Zusammenleben und die Liebe, ja. Und späte Vaterschaft und wie man besonders viel Spaß im Unruhestand hat. Und es beginnt eiskalt. Bitte schön. Ja, dann freuen wir uns doch noch eine Runde weiter, denn wir haben heute einen Mann im Interview, der gerade ganz viel umjubelt wird. Das ist Peter Simonischek, bekannt aus dem rührenden Film Tony Erdmann. In Cannes, da war dieser Film schon und er ist gefeiert worden und jetzt ist er sogar nominiert für einen Oscar. Ja, Peter Simonischek hat uns erzählt, er hat sich beim Gucken des Films sogar, ja, selbst so in Rührung gebracht, dass er nur noch weinen konnte. So sehr hat ihm das gefallen. Heute Abend kommt er mit einem neuen Film, ganz schwere Rolle, hat ihm viel abverlangt. Jetzt kommt er. Genau, also der Film heute Abend und wir werden das mit dem Oscar beobachten, schauen, was da rauskommt und halten ihm fest die Daumen. So und hier geht es jetzt weiter mit Kai Pflaume, der freut sich heute auf eine gute Runde. Es kommen Christian Stark und Laura Wilde. Viel Spaß jetzt dabei und wir freuen uns dann wieder auf Sie morgen. 17.15 Uhr sind wir wieder da. Einen guten Abend. Tschüss.